Emily, wie oft denn noch? Ich kann besser malen als du. Äh, sag mal, träumst du etwa, Lamy? Du weißt ganz genau, ich bin die bessere Künstlerin. Emily, hör endlich auf, so einen Quatsch zu erzählen. Ich bin der Meister der Zeichner, ganz genau. Oh Mann, was ist das denn für ein Geschrei hier oben? Leute, was macht ihr hier? Jetzt halt endlich den Mund, Emily. Ich hab dir gesagt, ich kann besser zeichnen. Äh, Lamy, was ist so getan? Oh, ähm, naja, ich, ich, ich kann besser malen. Äh, aber ich bin viel besser malen als ihr beide. Äh, ihr, ihr werdet schon sehen. Ich, ich mach euch fertig. Haltet nicht den Mund, ich kann besser malen. Lamy, das ist viel zu brutal. Hör auf, komm, wir machen einen Zeichenwettbewerb. Ja, wenn ihr unbedingt verlieren wollt. Ich hab's euch aber gesagt, denn ich, ähm, ja, wie gesagt, kann einfach sehr, sehr gut malen. Aber naja, wenn ihr gegen den Meister verlieren wollt. Okay, Leute, als erstes zeichnen wir eine Wassermelone. Eine Wassermelone? Och, Manu. Mögt ihr eigentlich Wassermelonen? Ich liebe Wassermelonen. Echt? Ich hasse Wassermelonen. Ey, warum? Weil die einfach nur wie Wasser schmecken mit bisschen Melonen. Hä, das ist doch Wassermelone. Ey, was babbelst du denn da? Wassermelonen sind mega lecker. Uäh, nee, 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 Freunde, da bin ich auf jeden Fall raus. Okay, wir gucken auf jeden Fall heute mal, welche Wassermelone am leckersten aussieht. Meine. Das werden wir dann mal sehen. Boah, meine sieht schon ordentlich saftig aus, muss ich sagen. Saftig? Wer? Melonen sind doch saftig. Okay, ich werde auf jeden Fall die beste Wassermelonen von uns einmalen. Nein, das würde ich so nicht sagen. Meine Wassermelone ist jetzt schon mega krass, muss ich sagen. Echt? Oh Mann, ich hab das Gefühl, ich kann doch nicht besser malen. Ich hab's euch allen gesagt, ich bin der Meister am Zeichnen. Das haben wir jetzt aber auch nicht gesagt. Bei mir sieht das aus wie eine Erdbeere. Äh, aber das ist nicht das Thema. Ich weiß. Oh Gott, okay. Meine bekommt jetzt auf jeden Fall noch ein Gesicht voll. Das macht die einfach hundertmal sicher. Ja. Hey. Aber ich kann keine Gesichter malen. Warum sollte ich ein Gesicht malen? Einfach nur ein Auge. Okay, zwei Augen und einen Mund. Ja, und das war's. Du kannst auch Nasenlöcher malen. Da will ich auf jeden Fall nicht reinbeißen, wenn da Nasenlöcher sind. Die sollen ja am leckersten aussehen. Ja, ja, ja. Du hast schon recht. Du hast schon recht. Aber meine ist wirklich saftig. Merkt euch meine Worte. Meine ist saftig. Was hast du nochmal gesagt? Ich hab vergessen, was du gesagt hast. Saftig. Was? Wie war das? Saftig. Saftig. Das sollte ich mir jetzt nochmal merken. Oh Mann, Lami. Konzentrier dich auf deine Wassermelone und verhoff mich abzulenken. Denn ich bin schon lange fertig. Ich bin auch schon fertig. Ja, seid ich schon fertig? Oh nein. Was hab ich getan? Oh Gott, oh Gott. Du hast aber nur noch 20 Sekunden. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich mal ganz schnell, ganz schnell. Okay, okay. Oh Gott, Leute. Schreibt in die Kommentare, dass man die die Beste ist. Wird ich, okay? Alles gut. Ist ja mein Video. Ihr könnt das alle bei mir schreiben. Alles ist okay. Oh Mann. Nein, nein, nein. Hier wird nicht gemogelt, Mayonnaise. Ich mogel nie. Du bist Mayonnaise. Du Kugelst bestimmt gerade. Nein. Und? Oh Gott. Und? Da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt. Was? Ja, das ist ja mega gut. Ja, Moine. Ey, die ist wirklich mega gut. Ich geb auch vier Sterne. Das sieht wirklich mega cool aus. Oh, danke schön. Das ist meine. Oh Mann. Hätt. Wer hat da eine Pizza gemalt? Ja, Pizza. Pizza. Das ist eine Pizza mit grünem Rand. Was redet ihr denn? Ich geb drei Sterne. Was? Und die blutet einfach, die Pizza. Ja, stimmt. Eine Erdbeere. Aber die sieht eigentlich richtig gut aus, Mayonnaise. Nein, Leute, die sieht nicht gut aus. Ich find die gar nicht gut. Doch. Ich find die. Oh. Upsi. Ich hab die außer dem gemeldet. Dankeschön. Und der Gewinner ist Yippie. Natürlich Lamy. Aber ich fand meine war die beste. Hä? Wie cool ist das denn? Hä? Lamy? Oh Gott. Ich muss googeln. Wie sieht Lamy aus? Hier wird nicht gegoogelt. Okay. Ich google nicht. Nicht schummeln. Okay, okay, okay. Dann male ich das. Ich muss mal in die Galerie gehen. Ja, das ist unfair. Man darf auch nicht in die Galerie gehen, würde ich sagen. Ja, Emily nicht schummeln. Ein Künstler muss sich konzentrieren. Zum Glück bist du Keilkünstler. Ja, das stimmt auch. Oh mein Gott. Ihr seid ziemlich frech, ihr zwei. Okay, okay. Ihr werdet sehen. Ich werde euch umhauen. Äh, nee, nee, nee. Meine Zeichnung wird dich umhauen. Mhm, mhm, mhm. Okay. So. Ich brauch jetzt meine Ruhe. Ich muss malen. Moment mal. Aber ich muss sagen, irgendwie kann ich mich selber nicht zeichnen. Das glaub ich dir. Ja, da bist du halt eben nicht süß, ha? Hä? 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 Wie seien denn deine, 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 deine Haare? Wie sehen die denn aus? Wie Pommes. Hä? Das sieht schlimm aus. Lami, du siehst schlimm aus. Oh Gott. Ja, danke schön. Das nehm ich mal als Kompliment. Hä? Hä? Was hab ich getan? Oh Mann, ich freu mich so auf dein gemaltes Mayo. Nein. Das passt schon. Gott, ey. Behaltet einfach im Hinterkopf, dass Lami schockiert ist, okay? Was? Ja. Ähm. Was sollten wir nochmal im Hinterkopf behalten? Ach Mann, Lami. Okay, warte kurz. Hm. Welche Augenform hast du? Ähm. Ja, geile. Der hat die Augen geschlossen. Okay, dann male ich dir rote. Hast du echt Augen geschlossen? Mhm. Okay. Oh, fünfte Sekunde. Was? Jetzt die Pommeshaare. Oh Gott. Oh, ich werde es niemals schaffen. Ich werde... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, warte, 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 warte. Boah, hast du mir einen Riesenstirn? Was sollen wir jetzt warten, Mayo? Oh Mann. Auf deine Niederlage oder was? Ja, ich glaube auch. Oh Mann, ich kann nicht malen. Das ist kein Problem. Das kann Lami auch nicht. Ja, ja, die Zuschauer bewerten. Stimmt, aber die werden eh alle dich voten. Weil du kannst am besten malen. Das stimmt. Ey. Oh, oh, ich muss jetzt ganz schnell malen. Oh nein. Okay, der hat eine andere Farbe. Ist egal. Okay, meins hat sogar noch ein Autogramm von mir. Was? Ich muss so schnell malen. Was ist das denn, ey? Ich habe Kotze. Nein. Da hängt ein Popel an meinem T-Shirt. Nein, das habe ich gar nicht bewertet. Oh Mann. Oh Mann. Was ist Lami? Ich glaube, das trifft Lami echt gut. Vier Sterne. Vier Sterne. Stimmt, Lami. Jetzt bewertet Lami. Ja, ich habe bewertet. Oh Mann. Das ist mein. Oh, das sieht wieder so gut aus. Ich bin alle zu Augenbrauen. Nö, zwei Sterne. Ey, ich finde das voll gut. Okay, geil. Ich gebe fünf. Das war echt gut. Ja, das war mega gut. Und ich bin wieder letzter. Leute, schreibt in die Kommentare, wer am besten gezeichnet hat. Okay, let's go, Freunde. Aber Musik? Ja, hä? Musik kann man doch nicht nur hören, sondern auch malen. Ich mag das Thema nicht. Ich auch nicht. Ja, ihr könnt ja auch nicht zeichnen so gut wie ich, ey. Ja, ja. Du kannst nicht zeichnen. Obwohl, du kannst... Nein, du kannst nicht zeichnen. Ja. Und warum schreiben dann alle in die Kommentare, dass ich gerade zeichnen kann? Okay, wie sieht es bei euch aus? Nicht gut. Bunt. Also, ich werde ein bisschen kreativ, Freunde, damit ihr Bescheid wisst. Es wird echt ziemlich bunt. Oh Gott, was habe ich getan? Bei mir wird es ziemlich musikalisch. Oh. Und bei dir so, Mario? Ich sage einfach gar nichts dazu. Ach so, ja. Schön. Die Zuschauer sehen es ja gerade. Und wir leider nicht. Oh, Mann. Vielleicht solltest du alles löschen. Ja, ich glaube, ich muss alles löschen. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, oh Mann. Okay, das sieht super schön aus. Let's go. Das freut mich für dich, aber ich kann immer noch nicht mal. Vielleicht solltest du in einen Halkurs gehen. Ja, ich glaube, extra nur, um gegen euch beides zu gewinnen. Du hattest dich einfach nicht mit uns anlegen dürfen. Also mit mir würde ich mal sagen. Ich habe eine gute Idee. Oh Gott, wir haben keine Zeit mehr. Warum haben wir so wenig Zeit? Ja, ich bin schon gleich fertig. Wieso? Hör auf, so schnell zu sein. Ja, so. Vielleicht hier noch ein paar Sternchen oder so hin. Du bist voll gemein, Lami. Weißt du das? Hä, warum das denn? Weil ich das sage. Und alles, was ich sage, gibt es. Aha, okay, verstehe, verstehe. Okay, ich schaffe leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Oh Gott, was habe ich getan? Und das ist meine D-Layer. Was? Oh Mann. Ist die Note tot? Ja, ähm. Zwei Sterne. Hä? Was sollst du das denn? Was ist das? Wow, das ist Musik. Okay, nee, ich nehme es zurück. Klar, Lami kriegt von mir fünf Sterne und das hier kriegt eins. Was? Oh Mann. Wow, das sieht mega gut aus. Ja, wie nice. Ey, das kriegt vier Sterne. Hey, jetzt echt? Finde ich das gut? Ja, das sieht echt gut aus. Fertig, das habe ich bei einer Sache gewonnen. Hast du gegoogelt? Ich habe nicht gegoogelt. Yeah. Hat jetzt jeder eigentlich einmal gewonnen? Nö, außer Emily. Oh Mann, also das war auf jeden Fall ziemlich spannend, würde ich mal sagen. Also, ihr habt auf jeden Fall verloren. Ich bin der bessere Maler. Ihr könnt in den Kommentaren erscheinen, wer von uns drei am besten gemalt hat. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, damit ihr den Kanal habt, um keiner weiter von mir zu verpassen. Haut rein. Ciao. Ciao. Tschüss.